Guten Morgen Thomas Guten Morgen Thomas Die Marina hatte eine Frage im letzten Stammtisch und zwar wie sie so schnell Vertrauen aufbauen konnte in die Gruppe, die wir dort waren oder so ähnlich Genau, wie man, oder anders formuliert, wie man zu fremden Leuten oder wie man Vertrauen zu fremden Leuten gewinnt Kann man auch so sagen Ja, also sie hat relativ schnell Vertrauen gewonnen in die Leute, obwohl es alles Fremde war Natürlich uns hat sie schon gekannt aus dem Podcast, also in Anführungszeichen Weil sie uns schon hundertmal zugehört hat Obwohl das auch so ein Phänomen ist, das erlebe ich auch manchmal, du kommst irgendwo hin Dich kennt man oder dich ja noch früher viel mehr Und du hast keine Ahnung, wer der andere da ist Und die klopfen dir auf die Schulter und sagen, oh toll und sonst was Und ja, wie kommt sowas zustande? Ja, das ist schwierig Die meinen einen zu kennen Ja, aber das ist natürlich auch noch verständlich, dass wenn du jemandem folgst, dass du den dann besser kennst, also gut kennenlernst, weil du halt einfach alles mitbekommst Und du gar nicht realisierst, wie viel du eigentlich preisgibst aus deinem Leben und dass die Leute dann viel mehr über dich wissen, als du überhaupt realisierst, dass du das alles gesagt hast oder in verschiedenen Interviews, verschiedenen Fragen beantwortet hast Das kann man ja noch verstehen, aber es gibt einen gleichen Effekt, auch wenn du irgendwo in eine, wie soll ich sagen, zum Beispiel bei einem Training oder bei einem Kurs, wenn du mal die Firma irgendeinen Kurs besuchen musst, dann hängst du dich meistens an den ran, den du vielleicht schon auf dem Weg dahin getroffen hast Oder triffst du den im Parkhaus und siehst, der hat irgendwie die gleichen Unterlagen in der Hand oder so und fragst, den gehst du auch dahin Die erkennt man sofort Die erkennt man sofort, die schleichen da ein bisschen rum und dann hängst du dich sofort an den ran, obwohl du den gar nicht kennst, aber das ist irgendwie die Person von allen, zu denen du irgendwie den besten Bezug hast, weil du den vielleicht zehn Sekunden vorher getroffen hast Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann den ganzen Kurs durch mit dem eigentlich zusammen Dinge unternommen habe, neben dem gesessen bin Nur weil der gerade zuerst mir über den Weg gelaufen ist, das fand ich noch interessant, dass das so einfach möglich ist Man hat schnell eine Verbindung, man hat das gleiche Unbehagen in der Situation, was du da gerade gesagt hast, beim Seminar oder sowas, wo man die anderen Leute sowieso nicht kennt Und dann noch jemand anderes sich angeln, ist ja dann noch viel anstrengender, aber so hat man sozusagen von vorne bis hinten das gemeinsam gemacht Aber das kenne ich auch, also weil da entsteht automatisch Schnee, da kannst du machen, was du willst Ja, aber das könnte ja der unsympathischste aus der ganzen Gruppe sein, dann hast du ja eigentlich den Fall schon erwischt Also eigentlich müsste man da eher abwarten Ja, aber dann ist ja der Tag rum Ja, wenn es nur einen Tag geht, natürlich schon, dann ist es auch egal, aber wenn du jetzt einen Lehrgang machst, der über mehrere Wochen oder Monate geht, dann Hast du vielleicht, also Pech gehabt, ja, ich weiss auch nicht, ob man das Pech nennen kann Oder der hat Pech gehabt Ja, aber das gleiche auch, ich kann mich erinnern an eine Kassiererin in einer Kantine, die hat immer versucht, deinen Namen zu merken Und hat dich immer mit Namen angesprochen, das war irgendwie so ihr Sport, damit sie da ein bisschen Herausforderung hatte im eher langweiligen Job Und wenn man die dann irgendwo gesehen hat, hat man gedacht, man kennt die, aber die hat eigentlich nur jeweils guten Tag und schönen Tag gewünscht Und dich meinen Namen angesprochen, aber irgendwie bleibt jemand so besser in Erinnerung und man baut Vertrauen auf Und wenn die jetzt kommen würde und mich irgendwie um etwas bitten würde, dann würde ich der wahrscheinlich eher aus der Patsche helfen wie jemand anderem, den ich nicht kenne, obwohl ich die ja gar nicht kenne Ja, schon, also mehr als jeden anderen jetzt, also als beliebigen jeden anderen Aber das hast du ja auch im Zug oder sowas, wo Pendler dann so stur immer am selben Platz und dann hast du einen gegenüber, man nickt sich zu Das war es dann ja meistens auch Aber wenn du den, sag mal, vor dir in der Schlange an einer Kasse und der hat, was weiß ich, Geld zu wenig oder sowas, dann würdest du dem auch den Zehner geben Also dem jetzt, aber einem anderen wahrscheinlich nicht Oder man ist zur gemeinsamen Schule gegangen, also muss ja noch nicht mal der gleiche Jahrgang oder ganz zur anderen Zeit Ja, ich war auf dem Tomeum in Kempen Ach, 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 und dann Und dann entsteht so eine lange Kette, ist der noch da, ist der Lehrer noch da und ich weiß nicht was Da hat man immer gleich Ja, so eine Vertrautheit Ja, irgendwie Macht einen sympathischer wahrscheinlich Ja, aber das könnte man ja auch negativ nutzen, wenn man weiss, wo du zur Schule gegangen bist Oh ja Also das habe ich mir ein paar Mal gefragt seit der Vorbereitung Das ist ja alles gut und recht, wenn es im Positiven ist, aber es kann ja sein, dass man da jemanden so Also der Enkeltrick funktioniert ja so Stimmt Dass man jemandem anruft und dann vorgaukelt, dass man irgendein weit entfernte Verwandter ist oder sich ein bisschen informiert hat, was es da für Leute im Umfeld gibt Und wenn jemand jetzt nicht mehr so gut bei Sinnen ist, sage ich mal Oder die Geschichte sehr gut recherchiert ist, kannst du natürlich von vielen Leuten das Vertrauen missbrauchen Das ist ja fies, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht Ja, wir haben diesen Podcast ja nur deshalb aufgebaut, dass wir da die Leute ausnehmen können 100 Folgen lang Marina Für böse Leute Dabei hat es doch ganz lieb gemeint Also da war irgendwie so ein Experiment steckte dahinter von, ich weiß nicht, irgendein Yale-Professor Ich weiß gar nicht, wie der hieß, Barg, Barg, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird Der irgendwie so ein Experiment gemacht hat, in dem so eine Versuchsanordnung war, dass die Probanden irgendwie unten in der Lobby abgeholt werden sollen Also ich muss jetzt gerade rekonstruieren und die Assistentin hat viele Sachen in der Hand gehabt Unter anderem auch einen Kaffee, also einen heißen Kaffee und gesagt, ich muss mir eben was notieren Und den Kaffee den Leuten in die Hand gedrückt, also eben zum Halten Und hat den dann wieder abgenommen und dann wurden sie dann hinterher zu dieser Probesituation unter Studienbedingungen da zusammengeführt Und dann sollten die dann Leute beschreiben oder irgendwelche Assoziationen zu unbekannten Menschen machen Und die waren deutlich positiver als bei Leuten, die keinen Kaffee in die Hand bekommen haben Oder noch schlimmer, die was Kaltes in die Hand bekommen haben Die haben das nämlich viel, also die beschriebenen Personen viel schlechter eingeschätzt Also nicht warmherzig, das stimmt, warmherzig steckt auch schon das Wort warm drin Also diese körperliche Wärme, also mit dieser Tasse, dass das auch Urteile positiv hinterher beeinflusst Anderen Menschen gegenüber Und das ist ja irgendwie ein Phänomen Also als ich das gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht sein Ja, aber ein warmer Kaffee strahlt ja auch etwas Positives aus Also wenn du denen jetzt, was weiss ich, einen kalten Putzlappen in die Hand gedrückt hättest Dann wäre das Gegenteil passiert Oder ein gebrauchtes Taschentuch oder so Oder eine gebrauchte Gesichts-Nasen-Maske Corona Wenn einer reingenossen hätte oder so Halten Sie mal, ich muss schnell meinen Kaffee trinken Dann wäre das genau auf die andere Seite gehen Also es kommt schon darauf an, was du dem in die Hand drückst Aber ich denke, dass so funktionieren auch diese Rosenverkäufe Die da Rosen verteilen und nachher das Geld einsammeln gehen Weil wenn du sie schon in der Hand hast, dann hast du wie schon den Fuss in der Tür Und dann kommen sie nicht mehr raus Ja, das war ja auch noch so ein zweites Experiment Das haben die, glaube ich, ein bisschen abgewandelt Also das eine war sozusagen die Wärme zu spüren Und dann hinterher wohlwollender Anderen gegenüber zu sein Und das andere war dann, dass sie ein Geschenk Oder sowas wie Wahlwerbung oder was du da gerade sagtest Oder die SPD verschenkt immer Rosen Weil sie das irgendwie als Symbol sehen Also die Leute, da haben sie ein anderes Experiment gemacht Dass die sozusagen sollten dann entscheiden Ob sie für die Teilnahme ein Geschenk für sich selbst Oder einen Gutschein für andere aussuchen könnten Also die hatten die Wahl zwischen Geschenk für sich selbst Und Gutschein für andere Und die mit den warmen Händen haben sich häufiger für das Geschenk Für einen anderen entschieden Denn mit den kalten Händen beschenken sie sich vorzugsweise selbst Das ist ja auch komisch jetzt Also das ist ja noch eine Abbehandlung Aber das mit dem Geschenk, das ist ja auch oft so Und dass sie sagen, ja, sie haben ja 14 Tage, 2 Wochen, 3 Monate Rückgabemöglichkeit Und dann bist du ja auch viel wohlwollender Und kaufst das viel, viel eher Ja, stimmt Vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen Aber das mit der Wärme, das fand ich irgendwie Also ich kann das Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich vollkommen fundiert ist Also so ein paar Sachen kann ich wirklich nachvollziehen Aber ich glaube, der hat auch im Interview mal gesagt Also manchen Sachen konnte man einfach nicht mehr rekonstruieren Ich meine, dass es irgendwie da ist Also man sagt ja auch hier bei Kindern Also Mutterwärme, soziale Wärme Oder Kinder, die Oder Affen, die so fern Mutter aufgezogen wurden Die sind ja auch irgendwie ganz anders drauf als jetzt Die sozusagen mit Bindung und mit Vertrauen der Eltern sozusagen aufgezogen wurden Das hängt ja vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen Ja, aber ich frage mich, wie viel ist da Bauchgefühl Und wie viel wird da von aussen Wie wird man da beeinflusst? Weil wenn ja jemand kommt, der einem sympathisch ist Weil das gleiche habe ich auch gelesen Dass wenn man lächelt, Augenkontakt hat Offene Körpersprache, häufiges Nicken Dass das einen vertrauensvollen Eindruck erweckt Und je nachdem, wie man da halt kommuniziert am Anfang Dass das halt dann schon positiv sich auswirkt Und wie man wahrscheinlich auch angezogen ist Weil das sind alles die ersten Eindrücke, die man bekommt Weil das spielen sicher auch Vorurteile eine Rolle Weil wenn da jemand mit abgeranzter Kleidung kommt Mit langen Haaren und Tätowierungen Also das ist immer so mein Beispiel Weil mein Vater hat da etwas gegen tätowierte, langhaarige Männer Und dann bist du sofort raus Bei manchen Menschen Und bei anderen bist du wahrscheinlich dann eher interessant Weil du ein Gleichgesinnter bist Weil du wahrscheinlich endlich tickst Und dann bist du sofort Deshalb ist wahrscheinlich die Gruppe auch so vertrauenswürdig gewesen Weil alles Gleichgesinnte da drin gesessen sind Und jeder offen war Jeder ein bisschen aus seinem Erleben erzählte Jeder versucht hat Irgendwie früher aufzuhören zu arbeiten oder so Das macht dann schon viel aus Ja, den glaube ich auch Dass diese warme Umgebung Jetzt nicht im Sinne von Wärme an sich Sondern dieses Wohlwollende Also dieses warmherzig Oder man sagt ja auch mit jemandem warm werden Dann sind wir in dieser Gruppe Wo wir unter uns sind Für diesen kleinen Zeitraum Da wäre es ja blödsinnig Wenn da jemand Nicht zu dem Stellung nimmt Was ihn beschäftigt Wenn da ein paar andere sind Die entweder das auch gemacht haben Oder noch was dazu steuern können Also das finde ich dann schon Ja Also das finde ich viel plausibler jetzt Wir trinken da Wo es warm und kuschelig ist Als ein Eisessen in der Kälte Ja Also weil das Setup spielt dann schon eine Rolle Diese beiden Forscher da Die haben noch was anderes rausgefunden Fand ich jetzt lustig Langes Duschen ist ein Zeichen von Einsamkeit Also ich dusche noch gerne lang Lang und heißes Duschen Das kompensiert sozusagen Die Wattegepackte Wärme Also die nicht vorhandene Wärme Kann aber schon sein Aber ich dusche nicht extrem warm Aber ich bin auch viel am Nachdenken unter der Dusche Und deshalb geht es manchmal ein bisschen länger Das ist für mich auch ein Ort Leute haben doch lieber Wärme als Eiskalt Ja natürlich Es duscht dann niemand freiwillig kalt Oder sehr wenige Leute Also ich habe das schon ein paar Mal gelesen Dass es gut wäre für verschiedene Dinge Aber ich habe es noch nicht gemacht Ja Aber das mit dem Ja Wenn man es jetzt nur auf Wärme bezieht Es fällt auch gerade noch ein Hier die Düfte oder sowas Ist ja auch so ähnlich Das geht ja auch gleich In irgendein Bereich des Gehirns Wo man überhaupt nichts gegen machen kann Also was weiß ich Hören Riechen Takt Fühlen Sind ja Sachen Die man nicht abstellen kann Also jetzt Ja jetzt nicht Natürlich kann man die Ohren zuhalten Aber so das mit den Düften Finde ich auch schon interessant Wenn man So in die alte Schule reinkommt Oder in eine Apotheke Oder Krankenhaus Kommt ja gleich irgendwas so zusammen Dass man Wahrscheinlich ist das auch mit der Wärme Dann wahrscheinlich auch so ähnlich Ja das ist wie wenn du in eine fremde Wohnung reinkommst Entweder gefällt dir der Geruch Oder es gefällt dir nicht Oder es ist einfach Man riecht halt Wie eine Wohnung riecht Also man Und das ist entweder positiv oder negativ Was ich noch gefunden Oder überlegt habe mir Wenn du ja in so Gruppen bist Zum Beispiel in so Meetings von anonymen Alkoholikern zum Beispiel Da musst du dich ja auch irgendwie öffnen In der Gruppe Und da müssen sie auch irgendwie versuchen Die Leute sich öffnen zu lassen Aber da ist ja jeder in der gleichen Situation Jeder muss sich vorstellen am Anfang Das kennt man ja aus Filmen Ich war noch nie an so einem Meeting Aber es ist so Das Gleichgesinnte Und dass du Ich glaube du musst nicht zwingend was sagen am Anfang Du musst dich einfach vorstellen Und du wirst dann automatisch fühlst du dich wohl Weil du merkst Das sind ja alle gleichgesinnt Alle haben das gleiche Problem Oder ein ähnliches Problem Alle sind offen Es ist anonym Ich glaube das hilft schon auch Dass man da weiss Das sind Ja die wollen einem nichts Böses tun Das ist doch wieder ein geschützter Ort Wo du über deine Probleme sprechen kannst Wo du ja Es ist manchmal vielleicht sogar einfacher Mit Fremden darüber zu reden Weil die Die werten ja nicht Die kennen dich ja nicht Die nehmen dich so wie du bist Und wissen ja Weil es Gleichgesinnte sind Was du für Probleme hast Unter Umständen Ja Ne finde ich gut Ich weiss nicht Ob du den Film mit diesem Elton John gesehen hast Rocketman Der kommt ja auch da mit seinem komischen Federbohr Da zu diesem A-A-Treffen Hab ich gesehen Ja war witzig Sehenswert Ja Aber er bringt das vom Thema weg Aber es stimmt schon Wenn man so eine Ja man muss Im wahrsten Sinne Warm miteinander werden Dass man Ich glaube das ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall Dass das Wort da auch verwendet wird Ja und wir suchen ja Nach Dingen Um zu vertrauen Also Es geht ja gar nicht Auch wenn du irgendwas kaufst Musst ja irgendwo Musst du vertrauen Auf Bewertungen Oder auf Empfehlungen Weil manchmal geht es Also man traut sich nicht Gewisse Dinge zu tun Ohne dass jemand sagt Es ist gut Oder manche gehen gar nicht ins Kino Ohne dass sie von jemandem eine Empfehlung kriegen Das geht ja auch in diese Richtung Rezensionen und alles durchlesen Stimmt Aber da musst du dem auch Ja natürlich Wohlenwollen entgegenbringen Sonst wenn du weisst Die Zeitung verreisst eh jeden Film Ja dann gehst du wahrscheinlich nie wieder ins Kino Nee und Ja ich habe es zwar nicht gerne Wenn man mir Dinge empfiehlt Ich kann mich erinnern Als ich jeweils gesagt habe Ich fliege jetzt dahin In die Also über das Wochenende Zum Fotografieren Da gab es Leute Die haben sofort gesagt Du musst das und das und das anschauen Da habe ich gesagt Nee da habe ich eigentlich gar keinen Bock Weil ich möchte Die Stadt auf meine Weise erleben Und nicht das tun Was alle anderen auch tun Ja nicht dass sie da gleich um die Ecke kommen Und ja noch alles zeigen wollen Ja aber da gab es auch Dinge Gibt es auch Geschichten Mit Vertrauen Da war ich mal Also war ich jetzt nicht fotografieren Aber als ich an den Olympischen Spielen in Peking war Für meinen Arbeitgeber damals Da habe ich irgendwo im Park einen getroffen Hab mit dem ein bisschen geredet Hatte gesagt Ja er sei da irgendwie Doktor Was weiss ich Und mache da so Akupunktur Und ich glaube nicht Ich glaube nicht dass der mir etwas verkaufen wollte Aber ich habe gesagt Ja kannst du auch was gegen Rückenschmerzen tun Er so ja klar Dann habe ich den aufs Hotelzimmer genommen Und hat seine Nadeln ausgepackt Und hat mich da behandelt Gebracht hat es nicht viel Aber ich war Ich habe das noch nie gemacht Akupunktur Dann habe ich das dann Denen vom Geschäft erzählt Die waren also Amerikaner Und die so Was Vom Park Auf der Strasse Und ich so Ja klar Weil Der war ja nicht Der hat mich ja nicht Er hat nicht auf mich gewartet Hinter dem Busch Und gedacht Wenn der kommt Dann überrede ich den Das ist ja so entstanden Da hatte ich vollstes Vertrauen Ja Was ist ein paar Mal passiert Auf der Strasse Als ich irgendwas Gemacht habe Ich glaube da kann man schon Ein bisschen auf sein Gefühl gehen Glaube ich auch Also man entwickelt doch Irgendwelche Sensoren Dass man sagt Wenn das wirklich Unbehaglich gewesen wäre A Hättest du gleich gesagt Keine Zeit Da la la Aber so Das war wahrscheinlich So eine Situation Du warst offen Und In anderen Kulturen Ist das einfach so Also ich weiß jetzt nicht Ob ich das auch so gemacht hätte Aber das war ja jetzt Alles mehr als Zufall Und Ja Wenn es geholfen hätte Wäre schön Aber so hast du die Erfahrung gemacht Ich habe auch einmal Einmal Akupunktur Irgendwie ein paar Sitzungen Also ich weiss nicht Ob das was geholfen hat Also ich Also manche schwören ja drauf Aber Ja Ich weiss Also ich habe es nachher Auch nicht mehr gemacht Also Die Rückenschmerzen Gingen dann weg Als ich den Job Gewechselt habe Oder Aufgehört habe Zu arbeiten Ja Also das hilft wahrscheinlich Bei vielen Würde für vielen helfen Aber eine andere Geschichte Aus der Fotografie Kann mich erinnern In Israel Habe ich So einen Antiquitätenhändler In seinem Laden Wollte ich ein Foto von ihm machen Und dann ist er zuerst Total böse geworden Und dann habe ich Ein Schritt auf ihn zugemacht Und ihm erklärt Was ich da mache Und dass ich aus der Schweiz komme Und so Und nachher hat er mir da Den Laden gezeigt Und alles mögliche Und irgendwann hat er gesagt Er wisse gar nicht Warum er mir das alles zeigt Und so offen sei Und ich so Ja keine Ahnung Irgendwie habe ich Vertrauen ausgestrahlt Und ihm gesagt Dass ich kein Böser bin Und irgendwie Eine plausible Erklärung gegeben Und dann hat er mir Automatisch Dinge anvertraut Wo er selber überrascht war Dass er mir das erzählt Fand ich noch echt geil Der würde ja nur fotografieren Ja Aber ja Der hat ja wahrscheinlich Klar in Israel sind eh Alle ein bisschen ängstlich Das könnte es ja vom Staat oder von der Regierung sein Oder vom Geheimdienst Das war im Libanon Ähnlich Da hat mal einer Von mir einen Ausweis haben wollen Ein Foto von dem Ausweis Obwohl ich einfach nur Ein Foto von ihm gemacht habe Der war aber auch Ein bisschen paranoid Aber ja Da hat man ja einiges erlebt Auf der Strasse Apropos paranoide Menschen Wir haben eine Sprachnachricht gekriegt Zu unserem Thema Gute Überleitung Ah ja Da bin ich Spezialist für Ne Eine Sprachnachricht von Frank Die wir uns mal kurz anhören Wir wären so nicht drauf gekommen Vielen Dank für die Nachricht Erstmal Guten Morgen Thomas Guten Morgen Thomas So ihr zwei Frank Fischer von Erfem Foto Hier Ich habe mit Spannung Und Vorfreude gehört Dass eure nächste Folge Sich darum handeln wird Dass man Menschen Die man vermeintlich kennt Und sei es nur vom Sehen Mehr vertraut Als anderen Und das fällt mir als allererstes ein Das ist doch das klassische Geschäft Von Influencer Marketing Machen wir uns nichts vor Wenn man jemanden Der einen Influenst Also einen beeinflusst Regelmäßig folgt Vielleicht sogar von dem Einmal die Woche Videos sieht Oder jeden Tag Insta Storys Glauben ja viele Menschen Denjenigen zu kennen Und das sorgt natürlich dafür Dass diejenigen Die Produkte verkaufen können Deswegen treten Firmen sie heran Um dafür zu sorgen Dass die deren Produkte anpreisen Weil diejenigen Die dazu gucken Und sie vermeintlich kennen Dann diese Produkte kaufen Das ist ja das ganz große Stil von Ich kenne jemanden Vertraue dem Und deswegen kaufe ich etwas Und von daher finde ich Ist das vielleicht ein ganz Interessanter Aspekt Für eure Folge Ich selber würde mich ja niemals Als Influencer bezeichnen wollen Aber dadurch Dass ich natürlich über YouTube-Kanäle und Podcasts Auch in der Öffentlichkeit stehe Gibt es natürlich Kooperationen Mit Partnern Die mir Dinge zur Verfügung stellen Oder mich bezahlen Für bestimmtes Product Placement Und da habe ich eine sehr Sehr genaue Idee davon Wie das in ganz großen Stil funktioniert Also wenn da wirklich Millionen Follower dahinter stehen Dann ist ja im Prinzip Nichts mehr von dem Was man dort hört Wirklich Für die Wahrheit anzusehen Also das ist ja das Schwierige Man muss sich ja irgendwie Selber treu bleiben Und ich glaube Das kann man nicht mehr Wenn dann richtig Richtig große Summen Im Raum stehen Dann wird das zunehmend schwerer Wir lehnen auch ganz ganz viele Und ich lehne auch ganz ganz viele Kooperationen ab Wo ich sage okay Das macht keinen Sinn Und so weiter Und manchmal gibt es auch Kooperationen Die laufen schon Und ich möchte das Produkt Nicht anpreisen Weil ich das einfach Mit mir nicht verbunden haben Möchte Weil es einfach schlecht ist Oder sowas Auch solche Dinge Passieren mir natürlich Aber da geht es halt Meistens nicht um Geld Sondern einfach nur darum Dass das Produkt Zur Verfügung gestellt wurde Oder irgend so etwas Und dann fällt mir das Natürlich leicht Weil das ist ja nicht Mein Hauptgeschäftsmodell Aber im Influencer Bereich Ist es ja das Geschäftsmodell Und damit natürlich Besonders schwierig Und jetzt Vielleicht noch als letzten Aspekt Ich selber folge Natürlich auch Menschen Im Netz Und sehe von einigen Mindestens einmal die Woche Ein Video Manchmal auch alle zwei Tage Je nachdem wer das so ist Und sehe sehr viel Insta-Stories Dann von denselben Personen Und ich muss mir selber Auch immer wieder bewusst machen Dass ich denjenigen Ja gar nicht kenne Sondern dass es einfach Eine Einbahnstraßenkommunikation ist Ich kenne denjenigen nicht Und von daher muss man immer Ein bisschen vorsichtig sein Glaube ich In dem Verhalten Vermeintlich jemanden zu kennen Deswegen dem zu vertrauen Und dann deswegen Gegebenerfalls bei dem Eher was zu kaufen Als bei anderen So Ich wünsche euch Viel Spaß weiterhin Hier in der Podcast-Folge Und freue mich Die dann Die aktuelle Folge Von Zeit ohne Ende Zu hören Macht's gut ihr zwei Tschüss Vielen Dank Frank Frank Da hat sich ja quasi Überstroffen Ja Also Wenn ihr was schickt Müsst ihr nach Nicht ganz so lang sein Aber sonst Ne Stimmt schon Also dieser Aspekt Mit Influencer Da wäre ich jetzt So nicht drauf gekommen Obwohl ich finde Diese Leute ja wirklich Grausam Muss ich ganz ehrlich sagen Aber wenn mir der Frank So ein USB-LED-Zahnbleaching Verkaufen würde Dann würde ich es sofort kaufen Mir hat es einfach noch nicht Der richtige empfohlen Hast du schon mal gesehen Ach hör auf Also Frank ist ja auch Kein Influencer Also sowas Mal zur Unterscheidung Obwohl Ich meine Wenn du bei Olympus Unter Vertrag stehst Oder sowas Also ich meine Das machen die ja nicht Zum absoluten Selbstzweck Ich meine Das weisst du ja selber auch Also da Jein Also du Bei mir war es ja so Ich habe mit Olympus Fotografiert Und irgendwann sind sie Auf mich zugekommen Ob ich nicht mit Für Olympus Fotografieren würde Also gegen ein bisschen Also Geld gab es nicht direkt Aber man hatte Hat einfach mal Ein paar Einladungen An irgendwelche Events bekommen Man musste ein paar Workshops machen Ein paar Geräte Ein paar Geräte Ein paar Objektive Ja natürlich Wenn du dich nicht Zu sehr verbiegen musst Dann geht das schon Aber die Frage ist dann Wenn du Wenn da irgendein Konkurrent kommt Und sagt Jetzt musst du das sagen Kriegst dafür das und das Dann wird es dann schon schwierig Dass man da noch sich selber bleibt Und ich glaube Das hat der Frank sehr gut im Griff Dass er da vertrauenswürdig bleibt Und das ist glaube ich Das Wichtigste Entscheidend ist ja Also beim Frank ist ja sowieso Dass das Vertrauen da ist Der macht das schon seit Jahrhunderten Kennt sich aus Und hat halt eine Kamera Oder eine Firma Die gut dazu passt Und dann sagt man das auch Und wenn mal irgendwas nicht so gut ist Dann kommt das auch von ihm Was ich jetzt ganz Also Deshalb habe ich auch Instagram gelöscht Weil du wirst ja geflutet Von diesem Scheiß Wenn da die banalsten Schnipsel Des Lebens irgendwie so Öffentlich gemacht werden Und im absurden Ausmaß Inszeniert Da kriege ich zu viel Die einfach nur Oh Gott Also hier Der Olli Pocher Macht ja manchmal Dieses Bildschirmkontroll Das schaue ich gerne Das ist meistens lustig Ja aber da wirst du doch krank bei Ja Also Ja Ich glaube schon Wenn jetzt alle aus Dubai Da ihre Storys machen Die kriegen bezahlt Dass sie da sind Und Also ich verstehe das nicht Also das ist Früher war es doch so Dass Ich sag mal Die Irgendeine Öffentlichkeit Gesagt hat Wer wirklich Berühmt ist Oder wer was zu sagen hat Und was ist das jetzt hier Also wenn du 100.000 Follower hast Dann bist du Tausender wert Oder was auch immer Wenn du da nur Den Regenschirm In den Regen hältst Ja aber das gab es doch Früher schon Irgendwelche Sportler Die aufgehört haben Die dann plötzlich In der Werbung Aufgetaucht sind Also bei uns gab es Einen Gibt es einen Der Bernhard Rusti Der war irgendwann mal Weltmeister Oder Olympiasieger Im Skiabfahrtsfahren Und der hat dann Für Subaru Also eine Automarke Der hat ein Leben lang Für die Werbung gemacht Und dann Und ist heute auch noch Also einer der ersten Influencer sozusagen Der war Einmal kurz Was weiss ich Fünf oder zehn Jahre War der bekannt Und nachher hat er gerade noch Skipisten gebaut Und so Aber der kam immer wieder Im Fernsehen Als Experte Und so Und gerade er hat Wenigstens was geleistet Das muss man schon sagen Er hat wenigstens Mehrwert geboten Und nicht nur Eine blonde Barbie-Puppe Die da irgendwie Am Balkon da irgendwie Ihre Fingernägelchen In die Kamera hält Ja, aber wer war da In Deutschland Mit der Telekom-Aktie Damals War doch auch Irgendwo War das Manfred Krug Ja, genau Der hat sich auch Dahin gegeben Aber das ist doch Eine Werbefigur Ob der jetzt Influencer ist da Irgendwie ganz was Also für mich Ich finde das Bord ja schon Grausam Ja, aber das ist Ein Schauspieler Der Manfred Krug Der war ja Ja, aber Hans Beckenbauer Hat auch für Dosen-Suppen-Werbung gemacht Ich weiss nicht Für alles Oder jetzt Jogi Löw Für tausend die Wehr Für Fenster Ja, aber das ist doch Genau das Gleiche Das ist jemand Den man Also der Unterschied ist Das ist jemand Den man schon kennt Und der macht dann Genau Und die anderen Bei die anderen Kommen ja auch Von irgendwo her Du kannst ja jetzt nicht sagen Ich kaufe da ein paar Produkte Und mache dann Instagram-Kanal auf Das funktioniert ja auch nicht Die einen haben ja Mit irgendetwas angefangen Schmink-Tutorials Und dann sind sie Rübergeschwenkt Zu irgendwelchen Komischen, dubiosen Produkten Ja, oder werden dann berühmt Wenn Olli Pocher sie Auf dem Bildschirm zeigt Ja, wobei Ich weiss nicht Ob das die gucken Die das Zeugs auch kaufen Wahrscheinlich nicht Ach Also man weiss es nicht Aber es ist ja Ne Ja, also wie Dass das funktioniert Das wundert mich Wirklich total Also ich bin ja einer Der dann auch mal Eine Rezension liest Oder Wenn ich jetzt Was weiß ich Ein USB-Stick kaufe Ob der dann Bei Amazon 50.000 Bewertungen hat Und der andere Nur sieben Dann nehme ich den Der da 50.000 Bewertungen hat Also wenn sie auch noch gut sind Aber sonst Es wird ja im Leben Nicht da durchscrollen Ah, habe ich Habe ich das Programm Ja gar nicht mehr Und dann Darauf gucken Also das wäre für mich Bestenfalls Unterhaltung Also dass das funktioniert Das ist mir wirklich Ein absolutes Rätsel Ja, aber ich habe ja Als ich fotografiert habe Hätte ich wahrscheinlich Alles verkaufen können Ich hätte wahrscheinlich Spezielle Socken Für Street-Fotografen Verkaufen können Mit denen man Weitergehen kann Oder irgendwelche Ich bessere Fotos mache Ne, das nicht Aber einfach Du hättest einfach gut Verkaufen müssen Mich hat man ja ausgelacht Als ich Presets verkauft habe Und da hat einer mal Irgendwie einen dummen Kommentar gemacht Dann habe ich den Zwei oder drei Monate später Irgendwann in einem Fotowalk oder so gesehen Und habe ihm gesagt Diese Kamera wurde übrigens Von den Presets bezahlt Also habe ich so viel verkauft Dass ich mir eine Kamera Kaufen konnte Dann hat er nichts mehr gesagt Also du kannst den Leuten Schon viel verkaufen Wenn du Irgendwie das richtig Das richtig machst Und die auch Entsprechend Das Vertrauen Aufbaust Dann verkaufen sie Fast blind Ja, aber Ich assoziiere die jetzt nicht Also das ist für mich Wirklich ein Gegenwert Bei diesem Was dieser Influencer Ja, nein, nein Quatsch Jetzt die Kamera Oder die Entscheidung Für ein Preset Das hat ja was Aber ob ich die Nägel Mit Irgendein Tralala Oder das Siebte Blüschen Oder das Siebenhundertste Die Bluse Von da noch Unbedingt kaufen muss Weil das jetzt So super hip ist Ich habe Kommt gestern Hattende Auf Arte Fast Fashion Das hat man ja schon mal So was ähnliches Die ja wirklich Fast alles Über Insta Und YouTube Und sonst was Verkaufen Dann brauchen die Leute Alle zwei, drei Tage Und die haben auch So eine Checkliste Welches Kleidungsstück Schon mal getragen wurde Und dann können die Das beim nächsten Mal Ja nicht mehr tragen Und dann wird Das ist doch Also so was von Banane Wie man Ja, natürlich Aber die Zielgruppe Ist offensichtlich da Und die Menschen Die Die machen das Also eben Die Ja, was war zuerst Die Sachen Die verkauft werden sollen Oder die Influencer Die es anpreisen Also das ist Wahrscheinlich Beides Das ist zusammengewachsen Ja Aber kannst du dich noch An AWD erinnern? 90er Jahre Ja Achso diese Versicherungsputzige Genau Also Die haben ja Der Typ der bei Carsten Marschmeier Marschmeier Ich weiss nicht Ob er das gegründet hat Aber hat sicher Viel Geld damit verdient Die haben ja Am Schluss Die haben ja Am Schluss Eine Beratung Immer noch Fünf Freunde Haben wollen Und sind dann Zu denen gegangen Und hat gesagt Du Der Thomas hat Mich empfohlen Dass er dich mal Anrufen soll Das funktioniert doch Genau gleich Dass du Jemandem Vertraust Oder sagt Ja, wenn der das Empfohlen hat Dann ist das Hat er schon wieder Den Fuss in der Türe Und kann dir was anpreisen Ja, den Kaffee Ja, den Kaffee quasi In der Hand Ja, das ist genau Das gleiche Würde ich auch nie Machen Also da würde ich mich Kontenboden schämen Also Ja, heute natürlich schon Damals Das war vor 30 Jahren Auch diese Tupper-Partys Oder was gibt es noch Ja, geht dir die Ähnliche Vorwerk Und ich weiß Alles in diesem Direktvertriebler Ja, das geht alles So ein bisschen Influencer-Marketing Für zu Hause Also für Ins Wohnzimmer Dass du eingeladen wirst Dann hast du einerseits Vertrauen in die Person Die dich einlädt Weil der kennt sich ja Wahrscheinlich aus Und ja, geh mal da hin Und dann ist eine gute Stimmung Und dann kaufen die anderen Und dann kaufst du auch Ja, nur bei diesem Social Media Denkst du Die wissen ja ganz genau Wen wir das schicken Ja, natürlich Wunderbar Alle unter 20 Oder noch Die 18-Jährigen Die jetzt einen Führerschein machen Und unbedingt ein Auto haben Ein rotes Auto Zack Wirst du bombardiert Mit dem ganzen Scheiß Und du denkst Wow Super Der Fußballer so und so Sagt Ich fahre jetzt in einem Polo Oder was auch immer Und schon kaufen Die Deppen All im roten Polo Also ich weiß nicht Das Schlimmste Das Schlimmste finde ich Jemals Wenn sie dann ihre Autos zeigen Was sie gekauft haben Oder ihre Wohnungen Oder ihre Häuser Da denke ich Die hat man überhaupt Nichts verstanden Die hauen die Kohle Auf den Kopf Und Ja Und morgen kommt Eine andere Kuh Durchs Dorf Ja, genau Ich frage mich sowieso Wie lange Instagram In der Art Überhaupt noch funktioniert Irgendwann Sollten uns doch Alle gemerkt haben Dass das Einerseits nicht echt ist Und andererseits Auch nichts bringt Ja Ja Oh Mann Ja Schwierige Geschichte Aber ich habe auch Nutzen auch Ich habe einen Account Aber ich folge nur Den Pocher Und schaue da ab und zu mal rein Aber es ist Mittlerweile auch Nicht mehr so lustig Wie am Anfang Weil es ist Es wiederholt sich halt Also es ist irgendwie Ja Ich habe es nicht vermisst Ich habe selber Ich habe selber nie Nutzen drin gesehen Und das wurde immer schlimmer Also wenn ich nicht den Facebook da Diese Gruppe hätte Dann würde ich das Auch schon nicht mehr machen Aber Ja Soll man nun den Leuten Vertrauen Oder soll man vorsichtig sein Kann man da irgendwas Sagt Ich meine Wir sind ja alt genug Wir kennen ja fast jeden Trick Nee Das weiss ich nicht Aber ich kenne schon Viele Tricks Mittlerweile Auch so mit Mystery Shopping Und so Da gibt es immer wieder Sachen Auf was du achten musst Was sie dich fragen müssen Und so Ist noch interessant Da lebt man auch wieder mal dazu Aber ja Hat einfach nicht Jeden scheiß Glauben Ein gesunder Mensch Verstand Und man überlegt Wenn ich jetzt den nicht Kennen würde Würde ich das auch kaufen Wenn mir das ein Fremder An der Strassenecke Im schummerigen Licht So ein LED Zahnbleaching Verkaufen würde Das finde ich Das Geilste Das ist einfach so Ein LED-Ding Das du dir in den Mund schiebst Am USB-Anschluss Anschließt Und das soll deine Zähne Weiss machen Also eigentlich Grossartig Für der Der das herausgefunden hat Dass man das verkaufen kann So ein Schwachsinn Also Respekt Dass man damit Geld verdienen kann Mit so etwas Was überhaupt nicht funktioniert Genau Die Wirkung ist hundertprozentig Hundertprozentig Wird dein Portemonnaie leergeräumt Ja Also von dem her Haben die Leute Schon noch Einen gewissen Respekt verdient Dass sie mit der Dummheit Der Menschen Geld verdienen können Genau Also die Frage ist Würdest du es auch tun Wenn du jetzt Sowas herausfinden würdest Und damit Geld verdienen könntest Weiß ich nicht Ich glaube nicht Wäre auch mal ein Thema Ethik Ja Haben wir noch Schreib es mal auf Schreib mal auf Genau Aber fürs nächste Mal Haben wir schon ein anderes Thema ausgesucht Geht ein bisschen in die ähnliche Richtung In die entgegensetzte Richtung Vom letzten Mal Von Nudging Sogenannte Dark Patterns Also die gezielt ausgesucht sind Dass man nicht mehr so einfach Aus etwas rauskommt Wenn man ein Abo kündigen möchte Online Oder dein Amazon Account löschen Das kriegst du nicht hin Ohne zu googeln Oder lange zu suchen Und es wird einfach mit einem schwer gemacht Wieder aus etwas rauszukommen Genau Also Dann Danke fürs Zuhören Danke für Sprachnachrichten Und Bis nächste Woche Bis nächste Woche Tschüss Thomas Tschüss Thomas